Willkommen zum zweiten Teil des Themas Eingaben und damit auch zum zweiten Teil des Themas Eingabeminimalität. Schauen wir uns an, was für Möglichkeiten der Eingabeminimalität wir noch haben. Es ist immer ratsam, die Wahrscheinlichkeit von Eingabenotwendigkeiten zu verringern. Wie können wir das machen? Wie können wir es hinkriegen, dass es nicht so wahrscheinlich ist, dass wir überhaupt eine Eingabe machen müssen? Mal jetzt in der Annahme, dass die entsprechenden Daten, die jetzt eingegeben werden müssten, schon abgefragt werden müssen. Also sie müssen schon irgendwie vorhanden sein. Naja, das Einfachste und Naheliegendste ist, wir verwenden Standardwerte und müssen dann aber natürlich Standardwerte verwenden, die gut sind. Das heißt, wir haben als nächstes das Problem, woher finde ich das raus? Wie finde ich das raus, welcher Standardwert gut ist? Schaut euch das rechts mal an. Was sehen wir hier? Hier steht Anzahl der Kopien 1. Und diese 1, die ist voreingestellt. Das ist ein Standardwert. Und das ist hier sogar ein Standardwert, der ist wirklich fest voreingestellt. Das heißt, man ist bei Apple in diesem Falle offensichtlich davon ausgegangen, eine Kopie ist das, was die Leute meistens machen. Und deswegen ist das ein guter Standardwert. Wie sieht es sonst mit Standardwerten? Kann ich wirklich Standardwerte definieren, immer für alle Leute? Na, wahrscheinlich nicht. Das ist schwierig. Das heißt, ich brauche wahrscheinlich irgendwie Alternativen zu Standardwerten. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Nutzer anders denkt darüber als wir als Programmierer, ist relativ hoch. Wie kann ich sonst zu Alternativen kommen für diese Standardwerte? Also während der Nutzung ist es ein voreingestellter Wert. Was kann ich da machen? Ich kann diese Standardwerte konfigurierbar machen. Standardwerte konfigurierbar machen führt uns zur Anpassbarkeit. Eine Forderung, die wir später kriegen werden, dass wir also irgendwo ein Einstellungsmenü haben. Und in dem Einstellungsmenü können wir die Standardwerte anpassen. Das heißt, wir machen einmal den Aufwand für diese Anpassung, um uns dann hinterher immer die Eingaben zu ersparen. Und dann in der Annahme, dass wir natürlich da einen Standardwert einstellen, den wir nicht so oft ändern müssen. Eine andere Alternative, und die sehen wir hier auch, ist der Zugriff auf das letztverwendete Objekt oder das häufigst verwendete Objekt. In diesem Fall ist es das letztverwendete Objekt, nämlich beim Drucker. Beim Drucker wird der letztverwendete Drucker genommen und die Annahme ist dann hier, dass das für das nächste Mal, zum nächsten Mal drucken, eine sinnvolle Standardeinstellung ist. Da ist jetzt auch die Frage, da muss man sich viel Gedanken zu machen, ob das tatsächlich stimmt. Beim Drucken dürfte es stimmen. Also nehmt mal an, ihr werdet in einer Organisation, seid ihr ja sogar, aber ihr verwendet da auch alle die ganze Infrastruktur, eine Organisation, wo sehr viele Drucker überall verteilt sind. Und man kann auf jedem dieser Drucker drucken, die sind auch alle eingerichtet im Betriebssystem. Und jetzt gehe ich von meinem Büro aus zu jemand anderem und drucke dort, dann stelle ich da ja ein, dass ich jetzt da drucken will. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich beim nächsten Mal auch dort drucken möchte, durchaus nicht unplausibel. Also es ist zumindest eine hohe Plausibilität für eine hohe Wahrscheinlichkeit. Aber das muss natürlich nicht so sein. Der Klassiker ist, dass man so Drucker hat, die man eigentlich ganz selten braucht. Wir haben zum Beispiel bei uns im Gebäude einen Plotter. Den benutzen wir, um Poster auszudrucken. Dann haben wir große Poster in DIN A3 oder DIN A2 oder DIN A1. Ja, gut, dieser Plotter, wenn wir den verwendet haben, dann steht als letzter Drucker dieser Drucker da drin. Und das kann wirklich verheerend sein. Denn, also einem Kollegen von mir ist es schon passiert, der wollte dann einen kleinen Quellcode ausdrucken und hatte dann also auf Tapetengröße den kleinen Quellcode ausgedruckt. Das ist natürlich ein Ärgernis und das ist etwas, was es eigentlich zu vermeiden gilt. Das heißt, hier ist diese Idee mit dem Standardwert an der Stelle nicht mehr so gut. Die Variante, die bei Windows die übliche ist, nämlich den Standarddrucker zu definieren, ja, die ist auch nicht dumm. Also, beides hat seine Vor- und seine Nachteile. Das häufigst verwendete Objekt ist natürlich auch eine Möglichkeit, hat aber so ein bisschen den Nachteil, dass es etwas unvorhersehbar ist, weil man ja nicht sieht, wann eine bestimmte Auswahl zur häufigsten wird und dann gibt sich das auf einmal ganz anders. Zugriff auf die Verlaufsgeschichte, das ist durchaus praktisch. Also, ich habe die letzten fünf wieder zur Auswahl. Auch das verringert die Eingabenotwendigkeit, häufig zumindest. Es gibt Ausnahmen oder Bereiche, in denen man von Standardwerten gänzlich absehen sollte. Und Jakob Nielsen, der Usability-Guru Jakob Nielsen, der warnt ganz explizit vor Standardwerten bei sicherheitskritischen Systemen. Also, wenn ihr zum Beispiel eine Software gestaltet, in der ihr eine Strahlendosis einstellen sollt für einen Patienten, nur mal als Beispiel, dann solltet ihr von Standardwerten besser Abstand nehmen, denn das kann zu schnell passieren, dass dann der Standardwert bestätigt wird, ohne dass jemand darüber nachdenkt und schon macht man etwas, was man nicht tun sollte. Fill-by-Click ist eine Technik, mit der man auch die Eingabenotwendigkeiten verringert. Bei Fill-by-Click geht es darum, dass man mit nur einem Klick vorausgefüllte Elemente enthält, beziehungsweise Elemente vorausfüllt. Gutes Beispiel dafür ist mal wieder das sich liefern lassen von etwas, Amazon oder Vergleichbares. Man hat ja immer eine Rechnungsadresse und eine Lieferadresse. Und in sehr vielen Fällen ist natürlich die Rechnungsadresse und die Lieferadresse identisch. Und deswegen kann man, wenn man eine Lieferadresse schon angegeben hat und wird dann die Rechnungsadresse gefragt, mit nur einem Klick sagen, diese Adresse übernehmen und schon ist alles eingetragen und man muss nicht noch mal da dran. Ist das wirklich Eingabe-minimal? Da kann man sich jetzt mal überlegen, sollte ich den Klick nicht einfach weglassen? Wäre das nicht besser? Es stünde schon immer einfach das Gleiche drin. Wenn ich oben was eintrage, wird es auch unten eingetragen. Und ja, dann brauche ich doch den einen Klick gar nicht mehr. Ja, auch da ist es wieder eine Abwägung. Man muss nämlich wissen, wie oft wird denn das wohl geändert? Wenn es wirklich die absolute Ausnahme wäre, dass jemals eine Rechnungsadresse anders ist als die Lieferadresse, dann würde es Sinn ergeben, sich diesen Klick zu sparen. Denn dann würde man in ganz vielen Fällen einen weiteren Klick sparen und auch die Komplexität des Ganzen verringern. Wenn es aber durchaus häufiger mal passiert, dann kann man diesen Klick wiederum spendieren. Denn sonst müsste jeder, der in dieser Situation ist, ja die dann schon automatisch unten eingefüllten Werte wieder ändern. Und das wären natürlich viel mehr Eingaben für denjenigen. Das heißt, auch hier muss so eine Abwägung wieder gemacht werden. Es hängt halt davon ab, was wie wahrscheinlich ist. Das heißt, man muss eine Untersuchung machen über die Nutzung und über die intendierte Nutzung oder häufig Nutzerkommentare entgegennehmen. Ähnlich wie viel bei Klick, stark damit verwandt, sind abhängige Eingaben. Es gibt hier häufig Eingaben, die andere Eingabebereiche beschränken. Hier wieder der Druckdialog. Und wie ich das hier sehe, wenn ich hier zum Beispiel bei von im Druckdialog eine Zahl N eingebe, dann kann ja das bis nicht kleiner sein als das von. Das ergibt ja keinen Sinn. Ich kann ja nicht sagen, ich drucke die Seiten 10 bis 5. Zumindest, sagen wir mal, ist das in der üblichen Logik nicht vorgesehen, dass man das angeben kann. Könnte sich das natürlich interpretieren, dass sie dann rückwärts gedruckt werden. Das ist ja nicht die übliche Variante. Das heißt, wenn ich die von Zahl ändere, dann ändert sich automatisch die bis Zahl mit, sobald ich da hineingehe. Und dieser Effekt, den ich da habe, der ist der Effekt der abhängigen Eingabeoptimierung. Für abhängige Eingaben gibt es viele, viele Beispiele. Dieses ist das eine mit den Drucken. Aber wenn wir zum Beispiel mal an die letzte Vorlesung, an die letzte Vorlesungswoche zurückdenken, mit den Eingabemasken, da haben wir sowas natürlich auch schon gehabt, dass wir eine IBAN eingeben und dann wird automatisch die Bank eingetragen. Wir geben eine Postleitzahl an und es wird automatisch der Ort eingetragen. All das sind abhängige Eingaben, die man automatisieren kann. Man kann immer noch vorsehen, dass man das dann ändert. Gerade bei Postleitzahl und Ort ist das manchmal sinnvoll. Aber man kann die Notwendigkeit der Eingaben erheblich verringern, wenn man schon mal eine automatische Vorbelegung an dieser Stelle macht. Es hilft auch übrigens, die Optionen einzuschränken. Denn durch das Einschränken von Optionen kann ich die Menge der Eingabemöglichkeiten reduzieren. Es ist ja nicht immer sinnvoll, jede Eingabe zu ermöglichen. Stellt euch vor, ihr habt ein Eingabefeld für das Alter. Dann könnt ihr das so einstellen, dass ihr da nur Zahlen eingeben könnt. In den allermeisten Programmierumgebungen ist sowas ja möglich. Dann habt ihr die Optionen an dieser Stelle reduziert. Und ihr vermeidet damit, dass es da zu Fehleingaben kommen kann an dieser Stelle. Es kann dann zumindest keine Eingabe derart sein, dass da jemand 5 reinschreibt mit F-Ü-N-F oder sowas. Ein anderes Beispiel sehen wir hier. Hier ist es ein Öffnendialog von Keynote. Und ihr seht, dass Ordner zu sehen sind und die Keynote-Dateien normal zu sehen sind. Und alle anderen Dateien sind hier ausgegraut. Und das bedeutet an dieser Stelle, dass ich sie zwar noch sehe und ich kann sie sogar auch mit der Maus anklicken, aber wenn ich die Pfeiltasten auf der Tastatur benutze, dann gehe ich immer nur durch die Elemente, die auch möglich sind. Und auch das ist natürlich eine Eingabeminimierung. Denn ich muss nicht etliche Male auf die Taste drücken, bis ich wieder an einer Stelle ankomme, die überhaupt nur eine sinnvolle Eingabe wäre an dieser Stelle. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit für Fehleingaben ist geringer und die Anzahl der notwendigen Eingaben, um etwas zu erreichen, ist auch geringer. Diese Eingabebeschränkung sehen wir zum Beispiel auch hier bei Windows auf der linken Seite. Da ist es jetzt nicht so, wie in dem Beispiel, was ich zu Beginn genannt habe, mit dem Feld, wo man nur Zahlen eingeben könnte, sondern hier kann man nur die Zeichen eingeben, die in Dateinamen gültig sind bei Windows. Und es gibt ja einige Zeichen in Dateinamen, die man nicht verwenden darf. Da kann man sich immer mal Gedanken darüber machen, warum man die eigentlich nicht verwenden darf, diese Zeichen. Das hat alles mit grauer Vorzeit zu tun, vor allen Dingen mit MS-DOS noch zu tun und der entsprechenden Eingabeerforderung, die wir ja immer noch bei uns haben, auch unter aktuellem Windows. Und da sind diese Zeichen alle belegt und haben alle eine Funktion. Deswegen kann ich diese Zeichen nicht in einem Dateinamen verwenden. Ja, und ich kann es auch gar nicht eingeben. Das heißt, die Eingabe ist beschränkt. Wenn ich ein solches Zeichen eingebe, dann kriege ich gleich diese Hinweismeldung da, was natürlich sinnvoll ist, dass ich nicht den Eindruck habe, meine Tastatur ist kaputt oder ich habe gar nicht gedrückt oder sowas. Aber diese falsche Eingabe oder eine ungültige Eingabe an dieser Stelle erscheint an dieser Stelle gar nicht. Was Microsoft links gut gelöst hat, haben sie rechts schlecht gelöst. Schaut mal da, da ist es wieder der Druckendialog. Und da habe ich bei Seiten jetzt unten wichtige eingegeben. Da habe ich genau das gemacht, was ich am Anfang gesagt habe. Ich habe einfach einen Wert da reingeschrieben, ein Wort, anstatt eine Zahl. Und das ist mir auch ermöglicht worden. Ich kriege dann eine Fehlermeldung, die kryptischer Natur ist. Die Syntax für den Seitenbereich ist ungültig. Es steht auf dem ganzen Fenster nirgends Seitenbereich, sondern Seiten. Und so Begriffe wie Syntax haben natürlich auch nichts beim Endnutzer zu suchen. Lassen wir das an dieser Stelle. Da kommen wir später nochmal drauf zurück. Wenn wir über Rückmeldungen sprechen. Aber hier ist auf jeden Fall auch die Eingabebeschränkung nicht bedacht worden. Und die hätte hier für Eingabeminimalität gesorgt. Wo wir gerade so etwas haben wie ein Explorer-Fenster, bietet sich an, über Anschlusshandlungen zu sprechen. Was sind Anschlusshandlungen? Ich mache ja nicht eine Handlung üblicherweise. Es ist ja nicht so, dass ich einen Computer benutze, nur um genau eine Datei zu speichern oder so etwas. Sondern ich mache ja eine ganze Folge von Handlungen, so einen Handlungsablauf, den ich mir auch gar nicht so richtig bewusst mache. Das geht so in so einem Fluss durch, ein Handlungsfluss. Und ich habe natürlich nach einer Handlung immer Folgehandlungen. Oder ich habe die Wahrscheinlichkeit, dass ich bei einer bestimmten Handlung, an einem bestimmten Handlungsschritt, etwas zwischenschieben müsste. Und das ist das, was wir hier Anschlusshandlungen nennen. Und die gilt es zu erleichtern. Und das kann man tun, indem man häufig genutzte Nebenfunktionen direkt anbietet. Und hier ist gleich ein Warnhinweis rechts angegeben. Vorsicht, das ist anwendungsspezifisch. Das ist also ähnlich wie eben schon mal der Hinweis bei den Standardwerten, wo man auch sagen muss, ich muss analysieren, wie Leute das nutzen. Muss ich auch hier analysieren, wie Leute Dinge nutzen. Ich zeige euch ein schönes Beispiel für diese häufig genutzten Nebenfunktionen. Und zwar das Speichern. Wir haben hier ein Speichern-Fenster. Und zwar links unten mal ein ganz urtümliches von Windows Version 1. Ja, das Einzige, was man Microsoft hier zugute halten kann, ist, dass sie den Button mit Save beschriftet haben. Und nicht wie später, wie man da sieht, mit OK. Das ist leider wieder verloren gegangen, dass sie das da hinschreiben. Ja, aber was ist der Nachteil hier? Naja, ich sehe ja gar nicht, was für Dateien es an diesem Verzeichnis schon gibt. Ich habe überhaupt gar kein richtiges Gefühl dafür, wo ich mich eigentlich befinde. Es hat keine Orientierung gegeben. Das ist natürlich in dem Windows 3.11 Pendant da rechts erheblich besser geglückt. Da sehe ich die Dateien und sehe rechts auch die Ordner und kann auch ein paar Sachen schon da einstellen. Also kann das Verzeichnis wechseln und kann den Dateityp wechseln. Und solche Sachen, das ist alles hier bedacht. Aber was nicht bedacht ist, ist, dass es an dieser Stelle häufige Nebenfunktionen geben könnte. Es könnte nämlich zum Beispiel notwendig sein, dass ich feststelle, verdammte Tat, ich möchte dieses Dokument abspeichern, aber ich habe gar keine passende Ordnerstruktur dafür. Ich möchte gerne an dieser Stelle einen Ordner erzeugen. Oder ich sehe, aha, ich möchte diese Datei abspeichern, aber bei der Gelegenheit gleich eine andere Datei umbenennen, damit die hinterher zueinander passen. Und sowas sind sinnvolle Nebenfunktionen. Auch ein sortierbares Dateilisting, das sich irgendwie mir eine Ordnung verschaffen kann in dem, was da ist, kann sehr sinnvoll sein. Vor allen Dingen, wenn es sich um mehr Dokumente handelt oder mehr Elemente handelt, als auf diesem simplen Beispiel hier. Und genau das hat Microsoft bei Windows 95 eingeführt, mit dem Speicherdialog von Windows 95. Ihr seht da, ich habe einen Speicherdialog. Ich kann hier neue Ordner anlegen, oben rechts mit dem Icon. Ich kann hier aber auch andere Elemente umbenennen. Ich kann rechts auf eine andere Ansichtsart umschalten mit dem Icon, kann dann darin sortieren und so weiter und so fort. Ich habe eigentlich nahezu die komplette Explorer-Funktionalität hier verfügbar. Jetzt kann man sagen, gut, warum? Auch Windows 3.11 ist doch ein Multitasking-Betriebssystem gewesen. Das heißt, man konnte doch ohne weiteres einfach sagen, ja, ich wechsle doch einfach die Anwendung, öffne den Dateimanager von Windows 3.11, lege diesen Ordner an und benenne die Dateien um. Ja, klar. Aber dann habe ich eben diese zusätzlichen Schritte. Ich muss explizit das Programm wechseln und dann bin ich in einer ganz anderen Umgebung und so weiter und so fort. Das ist hier nicht notwendig. Diese häufig genutzte Nebenfunktion, dass man Ordner anlegt, dass man Dateien umbenennt, dass man ein Datei-Listing sich sortieren möchte, ist direkt an dieser Stelle vorgesehen. Und das ging dann in den nächsten Jahren weiter. Speichern Dialoge heute von Windows 7 und Windows 10, hier Windows 10 zu sehen und rechts ein macOS Pendant dazu, enthalten zum Beispiel Suchfunktionalitäten. oder Schnellzugriffe auf der linken Seite oder beim Mac sogar die Verschlagwortung, dass ich gleich Tags vergeben kann. All solche Funktionalitäten, bei denen die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass ich es direkt zu diesem Zeitpunkt machen möchte, sind jetzt hier vom Betriebssystemhersteller selbst schon vorgesehen. Aber Vorsicht, es ist alles anwendungsspezifisch. Das heißt, ihr solltet nicht auf den Gedanken kommen, sämtliche auch nur irgendwie möglichen Funktionen an jedem Punkt vorzusehen. Das ist natürlich nicht sinnvoll. Aber wenn ihr Evidenzen dazu habt, dass bestimmte Funktionalitäten an bestimmten Stellen häufig gebraucht werden, dann bietet es sich an, genau das anzubieten, wie es hier geschehen ist. Es gibt davon eine nicht anwendungsspezifische Variante und die ist eigentlich noch viel, viel ärgerlicher. Hier könnte man ja sagen, gut, wenn die Funktionalität nicht gegeben wäre, ja, das ist vielleicht auch gar nicht die Aufgabe dieser Software oder dieser entsprechenden, naja, Speicherfenster oder sowas, diese Funktionalität mit anzubieten. Aber wenn sowas passiert, wie hier, in zwei Beispielen, einmal links von Apple, iTunes, auf dem iPad Kylepad, das ist der iPad von meinem ehemaligen Chef, Reinhard Keil, auf dem iPad Kylepad befinden sich gekaufte Artikel, die noch nicht in Ihre iTunes-Mediathek übertragen wurden. Sie sollten diese Objekte in Ihre iTunes-Mediathek übertragen, bevor Sie das iPad aktualisieren. Möchten Sie wirklich fortfahren? Also Chef hat offensichtlich gesagt, aktualisieren und dann kam dieser Warnhinweis, dass man etwas noch tun sollte. Ja, aber bitte, wenn ich das noch tun soll, wieso kann ich denn das hier nicht auswählen? Wieso gibt es denn hier nur zwei Knöpfe, fortfahren und abbrechen? Also ich kann fortfahren sagen, das ist die Variante, wo dann diese Objekte einfach verschwinden, wo sie einfach überschrieben werden. Oder ich kann abbrechen sagen und dann kann ich mir selber irgendwie darüber Gedanken machen, wie ich diese Übertragung in die iTunes-Mediathek machen sollte. Unverschämtheit. Hier steht, was passieren soll. Warum ist der Knopf nicht da an dieser Stelle? Ganz vergleichbares Beispiel unten in Word. Änderungen können von Word nicht in diesem automatisch wiederhergestellten Dokument gespeichert werden, weil automatisch wiederhergestellte Dokumente schreibgeschützt sind. Um Ihre Änderungen zu speichern, klicken Sie im Menü Datei auf Speichern unter und geben Sie dann einen neuen Namen für das Dokument ein. Was hier also passiert ist, ist, das Word ist mir irgendwann abgestürzt oder ich habe es irgendwie beendet, vielleicht war auch der Akku leer oder sowas. Und als ich Word dann wieder neu gestartet habe, hat er das Dokument wiederhergestellt und dann kann ich das nicht speichern, sondern ich muss mit Speichern unter einen anderen Dateinamen wählen. Aha, wieso kriege ich hier nicht dieses Angebot Speichern unter direkt auszuwählen? Oder besser noch, wieso kann ich denn hier nicht einfach den Namen direkt eingeben? Ich verstehe es nicht. Es ist wirklich nicht verständlich, dass an dieser Stelle diese Funktionalität nicht auch einfach ganz direkt angeboten werden kann. Das ist immer möglich und ist nicht anwendungsspezifisch. Wenn ich in der Fehlermeldung schon sagen kann, was das Problem ist, dann kann ich auch den Button entsprechend angeben. Es sei denn, ich habe ein ganz schlechtes Anwendungsframework, mit dem ich das erzeuge, aber das ist dann auch wieder ein Problem, was man vermeiden sollte und auch vermeiden kann, denn es gibt ja besser. Und es gibt auch gute Beispiele dazu. Ich zeige ja gerne mal alte Beispiele, vor allen Dingen, wenn es gute Beispiele sind. Und hier haben wir den Tempus Editor vom Atari. Das ist eine sehr, also für die damalige Zeit vor allen Dingen, sehr aufgemotzter Editor mit sehr vielen Funktionalitäten. Die Hersteller davon, das waren so Technik-Nerds, denen passte vieles nicht an den Editoren, die es für den Atari so gab. Vor allen Dingen waren die auch immer zu langsam. Und die sind hingegangen und haben gesagt, wir bauen das mal jetzt neu. Und interessanterweise haben sie entgegen dem Ruf, den ja so Technik-Spezies gerne haben, viele ergonomisch sehr interessante Sachen da eingebaut. Und auch viele ergonomische Probleme des Atari verbessert, also wo die Standardkomponenten des Atari schlecht sind. Und was passiert jetzt hier? Was habe ich hier gemacht? Ich habe eine Datei gespeichert mit einem Dateinamen, den ich angegeben habe, den es schon gibt. Und ich kriege dann eine entsprechende Meldung. Eine Textdatei mit demselben Namen existiert bereits. Auf welche Weise soll weiterverfahren werden? Gut, die Frage wäre nicht unbedingt notwendig gewesen, ist aber auch nicht schlimm an dieser Stelle, denn die Knöpfe sind konkret beschriftet. Und all die Möglichkeiten, die ich ja sonst jetzt auch hätte, also anhängen, überschreiben oder umbenennen der ursprünglichen Datei, sind hier möglich, sind hier vorgegeben. Es fehlt eigentlich eine. Also eigentlich hätte noch ein Button mehr dahin gemusst. Es hätte eigentlich hingemusst, überschreiben, anhängen, vorhandene Datei umbenennen, andere Dateiname wählen. Also einer fehlt. Na gut, wollen wir es Ihnen mal irgendwie zugute halten? Sie haben überhaupt daran gedacht, diese ganzen Optionen an dieser Stelle schon anzubieten. Das ist nicht immer so. Der Tempus Editor ist auch noch an anderen Stellen echt gut in dieser Beziehung. Also wenn ich zum Beispiel den Editor beende und es sind noch mehrere Dateien geöffnet, dann kriege ich so eine Auswahl, in der ich anklicken kann, welche Dateien ich jetzt speichern möchte und welche nicht. oder ob ich keine speichern möchte, dann kann ich direkt auf Verlassen klicken. Auch das ist eine sehr gute Idee. Und das ist auch wieder eine Eingabeminimalität. So etwas Ähnliches gibt es bei Macintosh, wenn ich mehrere Objekte habe und möchte sie schließen. Aber bei weitem nicht so schön. Denn ich kann nicht auswählen, welche. Es wird mir nicht diese Liste angeboten. Und ich habe nicht alle Optionen. Also ich kann bei Word in diesem Falle nicht alle speichern. Ich kann nur sagen, ich möchte keine speichern. Ich kann nämlich unten schreiben Änderungen verwerfen. Oder Änderungen überprüfen. Bei Änderungen überprüfen komme ich halt wieder dort, komme ich wieder dahin in das Dokument. Und bei Pages, da kann ich nicht keine speichern, sondern da kann ich nur alle speichern. Das ist natürlich schon mal besser als nichts. Aber es ist etwas bedauerlich, wenn man sieht, wie es denn auch besser gehen könnte. Das mit dem direkten Handlungsangebot wird teilweise von einem Hersteller an einer Stelle gut, an einer anderen Stelle schlecht gemacht. Gute Kandidat für an einer Stelle gut, an einer anderen Stelle schlecht ist häufig Windows, häufig aber auch Apple. Aber Windows noch ein bisschen öfter, weil Windows einfach eine andere Tradition hat. Es gibt bei Windows viele alte Dialoge, alte Meldungsfenster, die seit Windows 95 Zeiten sich nicht geändert haben, teilweise schon von Windows 3.11 Zeiten so sind. Und dann viele Sachen, die dann irgendwann in der Windows 7 Zeit mal dazugekommen sind und andere, die bei Windows 8 dazugekommen sind. Und das ist dann oft nicht ganz konsistent. Und dann kommt es hierzu, dass wir für zweimal das gleiche Problem zwei unterschiedliche Lösungen haben und die eine ist gut und die andere ist schlecht. Was hier der Fall ist, ist, ich wollte auf die Netzwerkumgebung zugreifen und ich kriege eine Meldung, weil der entsprechende Dienst nicht passend aktiviert ist. Da steht hier, die Netzwerkerkennung ist ausgeschaltet, Netzwerkkomputer und Geräte sind nicht sichtbar. Schalten Sie die Netzwerkkennung im Netzwerk- und Freigabe-Center ein. Okay. Wieder mal 100 Euro in die OK-Kasse bitte, Microsoft. Naja, und jetzt steht hier, schalten Sie die Netzwerkkennung im Netzwerk- und Freigabe-Center ein. Wieso kann ich die denn hier nicht einschalten? Wieso kann ich nicht hier einfach sagen einschalten? Oder zumindest, wieso kann ich nicht hier direkt ins Netzwerk- und Freigabe-Center gehen? Und darunter sehen wir im Explorer nämlich, dass genau das dann vorgesehen ist. Da steht Netzwerkkennung, Dateipagabe sind deaktiviert, Netzwerk-Computer und Geräte sind nicht sichtbar. Klicken Sie hier, um dies zu ändern. Aha, geht doch. Also direkt da klicken, denn es ist ja offensichtlich klar, wo man hin muss und wo man es ändern muss und was man ändern muss. Und unten sehen wir eine Variante aus Windows 8 oder ist es Windows 10? Bin mir an der Stelle gar nicht sicher. Ist auch egal. Da steht einige Apps an Antworten bis zu ihrer Abmeldung nicht auf Skalierungsänderungen. Und ich kann das Abmelden direkt an dieser Stelle machen. Es geht doch. Beim nächsten Mal geht es weiter mit interaktiven Potenzialen, die eine wichtige Rolle spielen bei der Eingabeminimalität. Vor allen Dingen habe ich immer keine Eingabeminimalität, immer erzwungene Sequenzialität, wenn ich die Potenziale des Interaktiven nicht beachte. Aber dazu erst im nächsten Video.